Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde SlimeRanger. So, wir haben hier schon wie Gemüse die verzwickte Zwiebel. Interessant, dass bei der verzwickten Zwiebel Karotten mitwachsen. Tja, interessant. Wir kaufen uns den fruchtbaren Boden. Der furchtbare Boden. So, wir schauen oben. Oh ja, Herdrübel. Herdrübel, Herdrübel. Ist alles? Ja, herrlich. Alle Erweiterungen da. Wunderbar. Ja, bei den Hühnern auch. Wir müssen eine Hühnerrunde machen, eine Hühnertour. So, Herdrübel. Da kommt das wieder hinein. Sehr gut. Super. So, wir haben da viel Schleim. Viel Schleim, viel Futter. So, sehr gut. Gleich absaugen, was wir haben. Absaugen wir. Oh ja, 12 Phosphor. Sehr gut. So, haben wir Katzenschleim. Ja, woher auch immer der kommt, weil wir haben ja keine Hühner hineingegeben. Hühner hineingegeben. So, 20 Pinkblood. Also, 20 ist gut. Alles. So. Mehr blauen Schleim können wir durchaus vertragen. Und Hühner. Also, hätte ich gesagt, wir holen uns... Oh, Quaderbeere. Wir müssen ein Futter holen. Wir holen uns... Ja, mehr blauen Schleim. Und Hühner. So. Ja, ich verliere gleich den rosa-blauart. Komm her. So. Äh, ja. Wo geht dieser Teleport? Warum habe ich diesen Teleport nicht? Egal. So, die Quaderbeere. Ich muss die denn Phosphors füttern. Wir haben so viele Phosphors jetzt. Was gut ist. So, Quaderbeere. Und schon machen wir uns auf den Weg. Auf, auf. Auf und davon. Ja. Ja. Ich stehe auf das Jetpack. So. Wir wollen ja haben... Eine Hühnerru... Eine Hühnerrunde. Und... Äh... Wenn wir finden, blauen Schleim. Hühnerrunde. Ja. So. Hühnerrunde, blauer Schleim. Hier ist blauer Schleim. Da freue ich mich. Ja, du bist kein blauer Schleim. Da kommt blauer Schleim. Du bist kein blauer Schleim. Äh, das ist ja kein blauer Schleim. Das ist ja blauer Plort. Hier. So. Ja, fress das ruhig. Ja, fress das ruhig. Fress das. Ja, toll. Gut. Wir haben neuen blauen Schleim gefunden. Finde ich gar nicht mal so übel. So. Komm rein. Ach so. Äh, ja. Jetzt. So. Huhn. Ich würde gern die Küken auch mitnehmen. Bevor sie gefressen werden wieder. So. Fünf Küken. Sechs, sieben Küken. Ein Huhn. So. Da oben sind auch noch Küken. Wenn die noch nicht getötet wurden. Bla bla. Ja, 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 ja. Boah. Ja, so. Wasser. Sehr gut. Wasser auch aufgefüllt. Blauer Schleim. Ja, das nicht. So. Du bist ein blauer Schleim. Nein. Eine Sekunde zu spät. Gut. Das tragen wir weg. Und dann machen wir die nächste Runde. Oh, ja, eine Truhe. Wir bringen die Truhe einfach auf die Farm. Weil, ich weiß ja nicht, was drinnen ist. Je nachdem, was drinnen ist in der Truhe. Naja, ich will sie noch nicht öffnen. Weil, sonst könnte ich sie ja noch nicht so. Bleib liegen. Nicht aufplatzen. Sehr gut. So. Wir bringen zuerst den blauen Schleim weg. Boah, da ist noch viel Platz für blauen Schleim. Sehr gut. So. Die Hühner. Da sind schon alte Hühner dabei, oder? Bist du ein altes Huhn? Nein, du bist ein Steinhuhn. Sehen wir mal nach. Alles absaugen. Steinhuhn. Steinhuhn. Gut. So. Ähm, die Karocken. Leg ich mal hier hinein. So. Und dann noch die restlichen. Hier haben wir noch ein altes Huhn. Das muss definitiv gefüttert werden. So. Wir haben zwei Gockel. Wir bekommen zum Spielen die Küken. Und wir werden hier auch zwei, drei Steinhühner reingeben. Und zwei Hühner. Und den Rest kriegen die Kätzchen. Kätzchenfutter. Kätzchenfutter. Und das Huhn, elf Stück, legen wir in die Futtermaschine. Ja. Wollten wir. So. Elftes Huhn in die Futtermaschine. So. Absaugen. Ja. Klar. Ihr könnt fliegen. So. Alles absaugen, was da ist. Ein ganzer Plot. Hier ist überhaupt kein. Haben wir kein Futter mehr? Äh. Wir könnten die Frequenz erhöhen. Das könnten wir schon machen. Oh. Uah. So. Die geben wir mal ab. Und dann hätte ich gesagt, jetzt haben wir genug Schleime. Ja. Wächst jetzt hier nur noch verzwickte Zwiebel. Ich denke ja. Da verzwickte Zwiebel. Gut. So. Dann machen wir uns auf den Weg. Ganz nach hinten. Also ganz nach hinten ist ja nicht ganz hinten, aber möglichst weit nach hinten. Und suchen die Steinhühner. Vielleicht finden wir nämlich einen Steingockel. Hier brauchen wir nicht stehen bleiben. Es gibt keine Blauen mehr. Das wären die einzigen, die ich jetzt gerade aktuell noch mitnehmen würde. Ja. Am Küken, da kann ich einfach nicht wieder stehen. Viel Plot. Viel eher. So. Genau. Und hier habe ich gemeint, hier sind immer wieder Küken. Und bevor die alle gefressen werden. So. Steing und Huhn. Ja. Den Schleim geben wir weg hier. Da. So. Hühner. Und Hühner. Ja. Viel Plot. Viel Plot. Und schon wieder ein Ter. Böser Ter. Böser Ter. Ich habe gesagt, Böser Ter. So. Nein. Hier zu mir. Ja. Gut. Ja, dann sammeln wir halt den Pink Plot hier auf. Scheinhühner. Böser Ter. So. Küken. Küken. Ach, Küken. Schon wieder ein Böser Ter. Ja, jetzt. Wenn ich sage, geh. Ja. So. Warum zerschieße ich die eigentlich nicht? Ich habe eh Wasser dabei. Wir wissen es nicht. Wir werden es nie erfahren. Warum habe ich eigentlich keinen Steingugugel? Ah, einen Steinhun habe ich noch. So. Wir reisen zurück. Das hilft ja nichts. So. Warum Steingugugel? Weil. Hier. Schleim. Äh. Mit Schleim. Liebling Steinhuhn. Ach ja. Den könnte ich auch halten. Gestorben. Da waren wir auch schon lange nicht mehr drin. Ja. Das kann man auch machen. Aber ich will vorher noch etwas. Äh. Nämlich den Zugang zu diesem anderen Gebiet kaufen. Ja. 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 Warum? Gut. Energie aufladen. So. Na komm. Komm. Ja. Energie aufladen. So. Und hier rauf. Ja. Und da ist kein Huhn mehr. Super. Aber. Float. Da liegt so viel herum. Muss ich alles mitnehmen. Schon wieder. So. Aber diesmal fällt mir auf, dass ich Wasser hab. Da war doch noch einer. Hier. Jetzt fühl ich mich wohler. Jetzt fühl ich mich wohler. Und weil wir gerade hier oben sind, laden wir auch gleich das Wasser auf. So. Lieber Ter. Ja. Ich geh. So. Gestebühne. Ja. Wir schauen mal. Zuerst möchte ich das Gebiet erweitern. So viel Plot. Das könnte ich alles haben. Alles wär mein. Ich stehe aufs Jetpack. Habe ich das heute schon gesagt? Oh. Alles reif. Usaplor. Okay. Wir lassen es nochmal. Ihr werdet gleich gefüttert. Ja. Gleich gibt's da. Oh. Huhn. Dafür füllen wir den. Füllen ab. Äh. So. Herzröger. Genau. Das sind viele Gugugl. So war das ursprünglich gar nicht gedacht. Die Steinhühner hinein. Die Küküken hinein. Ach. Gugl. 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 Viel zu viele Gugl. So. Hey ihr. Schaut mal. Die verzwickte Rübe. Äh. Zwiebel. Dass der Karotten auch mit wachsen. Faszinierend. Sehr. Sehr. Faszinierend. Aber ist okay. Also. Mich stört es ja nicht. So. Und zwar wolltet. Mal schauen mal. Ob ihr. Wollt ihr diese Zwiebel. Ja. Zwiebel. Ihr könnt Zwiebel auch leiden. Ihr könnt ja alles leiden. So. Ihr kriegt Karten. Alles gut. Und nahhaft. Hm. Hätte ich da rein gehen können. Egal. Herzrübe. So. Gleich sind wir soweit. Und geben ab was wir haben. Gebt ab was wir haben. So. Genau. Hühner. Alles gut. Bis auf diesen Gugugl. Du wolltest ja entkommen. Du hast jetzt die Chance. Kämpfe. So. Hier. Das aktivieren wir gleich. Die Herzrübe legen wir hier ab. So. Ein wenig Mietplot. Absaugen. Mietplot. So. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Phosphor. Wir brauchen auch Phosphor. Ja. Was gezeichnet läuft das. Und bevor wir abgeben. Ich danke fürs Vabeisein. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020